Und wie wohl viel falsche Zeugen herzutraten, Funden sie doch keins. Zuletzt traten herzuzwing falsche Zeugen und sprachen. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm, Antwortest du nichts zu dem, das diese wieder nicht zeigen? Aber Jesus schwieg Tille. Und der hohe Priester stund auf und sprach zu ihm,